Musik Weißt du eigentlich, dass du einen neuen Namen trägst, wenn du von neuem geboren worden bist? Nach der Geburt bekommt jeder Mensch einen Namen. Und nach der Neugeburt nimmst du auch einen neuen Namen an. Der Name, den du übernommen hast, das ist der Name des Erlösers, des Retters, der seinen Namen dir gibt und sagt, das ist jetzt dein Name. Den kannst du wie so einen Familiennamen verstehen. Ich gehöre zu Jesus. Ich gehöre in diese Familie. Ich gehöre in dieses Herrschaftsgeschlecht Gottes hinein. Ich bin hineingeboren in die Familie Gottes. Und so trägst du den Namen Jesus. Und schau, im übertragenen Sinne war dein Name vorher vielleicht Einsamkeit, Schwäche, Krankheit, Mangel, Depression, Sucht oder was auch immer, Gebundenheit. Jesus hat das von dir genommen und hat dir seinen Namen gegeben. Und wenn du über seinen Namen nachdenkst, was in diesem wunderbaren Namen enthalten ist, dann wirst du verstehen, dass es kein Ding auf dieser Welt gibt, was dadurch nicht abgedeckt wird. Er ist der Herr der Herrn, der König der Könige, der Retter, der Erlöser, der Befreier. Er ist der Anfänger und Veränder des Glaubens. Er ist der helle Morgenstern. Er ist Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Gott, Held, Ewig, Vater, Friede, Fürst, das Licht, Weg, Wahrheit und Leben und so weiter und so weiter. Er ist der Heiler. In seinem Namen ist alles enthalten, was du je im Leben brauchen wirst. Ich glaube, dass wir wenig Verständnis dafür haben, welche Kraft, welche Autorität im Namen Jesus enthalten ist. Schau, in der Apostelgeschichte lesen wir, dass dieser Gelähmte, der da vor dem Tempel saß, geheilt worden ist. Und nach der Heilung sagt Petrus darüber, durch den Glauben an seinen Namen, hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben. Der Name Jesus hat diesen Mann gesund gemacht. Der Name Jesus und der dadurch bewirkte Glaube an den Namen hat diesen Menschen gesund gemacht. Manche Christen haben Schwierigkeiten damit, dass sie sich vorstellen, dass sie im Namen Jesu Dinge tun sollen oder ihr Leben leben sollen. Aber dann hört ihr mal folgenden Vers an. Alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Der Name Jesus ist der Name über allen Namen. Denk darüber nach. Beschäftige dich mit diesem Namen. Erkenne, was darin enthalten ist. Es wird dich segnen. Mach dir bewusst, welche Autorität, welche Kraft in diesem herrlichen Namen enthalten ist. Ich glaube, wenn du ein Verständnis dafür bekommst, welche Bedeutung der Name Jesus hat, dann wirst du diesen Namen mit Freude tragen und wirst bewusst sein, dass du siegreich durch dein Leben gehen kannst. Denn Gott hat mehr für dich. Papa, darf es sein. Erkenne, was er. Papa, darf es sein. Barat-Berat-Berat-Berat-Berat-Berat-Berat-Berat-Berat-Berat-Berat. Der Name ist das, was ein Ding. Du bist denkst, welche Bedeutung der Schwierigkeiten. Muss auf dir. Das war das, was ich ein sagst. Für dich. Säte Brat-Berat. Schrauch. Vielen Dank.